Kohle Aua Komm her du Vogel, ich hol mir deinen Hut Kohle kann ich auf jeden Fall sehr sehr gut brauchen Hier ist noch Sulfur, brauchen wir noch Sulfur? Für diesen Helm, ah den hast du ja schon, brauchst du nicht mehr Komm her du Ekel Creeper Ja Pupp, weg bist du Hier ist alles voller Gold Ich hol mal das Gold Echt jetzt Warte Der Jod schießt über mich drüber Alter der ist zu dem zu schießen Ja Ja das hatte ich aber auch schon die ganzen Tage Die schießen einfach über einen drüber Der muss ich jetzt erst springen, dass du ihn triffst oder was? Wo ist er denn? Wer? Das Vieh Wo bist du denn jetzt hin gelandet? Du musst doch links neben mir sein Hä? Ich bin gerade im Loch Da waren wir doch schon, komm doch her Aber noch alterheit Ja Diamanten können überall sein oder sind die auch auf einem bestimmten Level Das ist ne gute Frage, die könnten glaub ich überall sein Okay Ich hab nämlich noch keine gefunden hier Also So überhaupt nicht Aue Creeper Ach der ist noch rot Das heißt Der macht ein bisschen mehr Boom Hm Der macht sofort Boom Ja jein Doch hat er Hat sofort Boom macht Oh was haben wir da denn? Warum dich da einfach so Boom Hm Okay Au Oh Kohle umsonst Warum nicht? Lach dir da rum? Ja Aber ich vergesse einzusammeln Ist auch gut Na macht ja Der ist sicher, dass wir noch in die richtige Richtung laufen Wieso? Welche Richtung wolltest denn laufen? Komm, tu von da vorne Das ist mir eigentlich prinzipiell egal, aber hauptsache nicht in die Richtung, wo wir zurückkommen Dann laufen wir in die falsche Richtung Ja Weißt du, langsam könnten wir eigentlich umdrehen Ich hab mehr als genug in der Tasche Ich hab auch ziemlich viel in der Tasche Ich hab auch ziemlich viel in der Tasche Können wir das auf äh Bereiten dann Ne? Könnte schon gut was rum rum kommen Und zwar 16 Meter da rüber Also da waren wir Von da kommen wir nicht Auf jeden Fall Ja können wir in die Richtung gehen Weil da ist unser Zuhause Ja ja Da ist ein Todespunkt Da ist schlecht Da ist schlecht Wir kommen von da rechts Also wir sind quasi von da gekommen Hier vorne Wo? Hier Nein Wollen wir mit dem Hund loswerden Nein Wollen wir mit dem Hund loswerden Weiß ich nicht Toll ist nämlich in die Richtung Westen Können wir hier rum gehen Dann werden wir da runtergekommen Weil da ist Glowstone Der muss ich mit Ja Glowstone Ich brauch Glowstone Wollen wir so ein paar Von diesen Lampen machen Was ist da oben Müssen wir nicht rechts rum Um wir nach Hause zu kommen Meine ich zumindest Ah ich habe auch fast nichts mehr zu futtern Also Wird eng Der fahrt wie genug dabei hast Was habe ich dabei Junge Junge Ich habe extra gefragt Ob du genug dabei hast Ah ich habe noch ein bisschen Also so schlimm ist es nicht Wieso hast du eigentlich hier dieses Infernal Heil finde ich abgebaut Weil das eine Biene ist Das ist eine Biene? Weil es Bienen sind Kann ich da reingucken? Ne Kann ich nicht Dafür brauche ich hier so einen Shop So einen Kescher Ein Kescher Ein Kescher Ein Kescher Was war das? Wer bist du denn? Zwerg Zwerg Alter Aufstand der Schlümpfe Wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Hast du mich hier allein gelassen? Was machst du denn da oben? Oha Iron Oha Iron Lass da einfach liegen Geht einfach weiter Ok Ja Iron ist jetzt nichts Wodrauf ich so groß und wertlich Hä? Oh Warst du das? Was hat sich denn da entzündet? Was ist das denn da? Das ist Silber Warum nicht der Silber? Warum ist das explodiert? Der war doch gar kein Ernst mehr Okay Hol ich mir mal das Silber Ja Was zur Hölle bist du? Das ist eine Mannerquelle Oh Hier Okay Okay mein Zauberstab ist voll Also wenn du noch was brauchst hier kannst du dir holen Der nur abskin Hm? Da oben noch oder was? Wo bist du denn? Wo bist du denn hingelaufen überhaupt? Wo kommst du her? Komm her Hier vorne direkt Ja Alter 25 Ignis 31 Äh Terra Das ist gut ne? Gute Nummer Ja jetzt weißt du auf jeden Fall wo du diese Grundstoffe herkriest Davon brauch ich noch viel mehr Ja Bei uns habe ich auch schon ein paar gefunden In der Umgebung Da haben wir drei Dinger Da kriegen wir auf jeden Fall die anderen Sachen her Ich weiß ja nicht wie schnell die regenerieren ne? Oh da ist Stone Glowstone Wie viel Glowstone Warte mal Redstone Nehm ich auch mit Wie habe ich das Gefühl ich werde das hier gleich bereuen Aha Ich weiß warum ich das bereuen würde Hey Hey Wer meins Meins Ich sammle mal einen wo? Ja Kann ich mir ein paar Fackeln draus machen Soll ich nämlich mal machen Sieht bestimmt zeitig aus Die Flammen entzünden ja nichts ne? Welche? Äh die Flammen die wir zaubern können Was war das? Achso Ich mach gleich bumm Wurde auch nicht wie ich es verhindern kann Also die Bienen abbauen ist auch echt ne doofe Idee Weil die vergiften die automatisch und so Gehen wir mal hier hoch Irgendwas zischt da Ich weiß nur nicht was Ich weiß nur nicht was Hm Boom Boah ist definitiv schnelleren Hammer Oh alter Was denn? Bom Schlachtfels komm Schlachtfels? Äh fest? Ja Alter Für Frodo Komm Für Frodo Und das Auenland Wir schützen doch hier irgendwas Hast du mit deinem Sprung schon mal ausprobiert? Ja Ich hatte irgendwas Den falschen Den falschen Dinges Joop Ich mach das in mein Bett rum ja Das ist solch Das ist cool Solch Hm? Ach die Die Dingswolken Jaja Dass ich damit vergiftet Nö Ist jetzt nicht Wann können wir das hier eigentlich abscannen? Ich glaube nicht Boah hier ist so viel Cloud Doch hier die Wolke Da ist viel drin Hast du die Wolke abgescannt? Ja ne? Mhm Auf jeden Fall hilfreich Was haben wir hier? Sprung... Sprungpulver Warte... Mushrooms hab ich auch noch nicht Oh! Oh! Was hab ich denn hier? Hehe Hä? Ich hab nen Hellenkopfhund Äh... Nein Einen Höllen... Nein Ein Hund Höllenkopf So jetzt hab ich's Höllenhundkopf Ja Und? Jetzt vergisst du das Zeug? Kann ich gar nicht durchlaufen, wa? Nö Das ist ja nutzlos Au! Jetzt sind die Dornen hier Scheiß Dorn Was ist denn Salpeter Ohr? Salpeter ist ne Säure Also hier so Und davon gibt's ein Ohr? Salpeter braucht doch... Salpeter braucht doch... Hm Auf jeden Fall ne Menge Glow im Stone hier Was war das? Ich hab ein Ohr-Eck probieren lassen Achso So... Neta Portal ist genau hier auf der anderen Seite Wo hier auf der anderen Seite? Hier geradeaus 50 Meter Oder da eben der kurz da hoch Au 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 Er läuft einfach durch die Dorn durch Scheiß drauf Ich hab die gar nicht gesehen Nach oben oder was? Gefällt mir gar nicht Ich mag die Kletteraktion nicht Au! So gar nicht so schwer Brauchst du ja für dein Leben hochbauen Dann nehmen wir eine doge Idee Oh Gott Boah Bloodwood Jetzt hab ich meine Axt nicht dabei Ich aber Hast du die Lumber Eggs dabei? Äh nein leider nicht Nur eine normale Okay Dann mach mal weg Alter Wie viel brauchst du davon? Ach eigentlich reicht eigentlich auch so ein Leaf davon Du musst ja oben die Blätter zerstören Okay Woher sind die Blätter? Hier Bloodleaves Warte mal Jetzt musst du da mitten Da! Setzling War noch Setzling oder? Oh guck mal hier Paridota Ich bin anfangen Soll ich noch mal ein bisschen Holz mitnehmen? Der Setzling reicht eigentlich Aber ich glaub den muss ich sowieso Kopf überpflanzen Okay Merkwürdig Und äh... Oh komm mal rechte, auf der Rückseite Der Ding ist raus Guck mal im Peridot Was war das denn? Sieht das gut aus das Holz oder was? Das ist so richtig schön rot Können wir das eigentlich abscannen? Das hab ich eigentlich schon abgescannt Okay Irgendwo hatte schon mal jemand Blattwort Nein Ah, ich glaub der eine hat das Haus da mitgebaut Kann das sein Was ist denn hier mit diesem Peridot Ohr? Brauchen wir sowas nicht? Peridot hab ich mitgenommen Deutlich nur eins Also gut, was ist? Mit? Soll ich mitnehmen? Soll ich mitnehmen oder was hast du jetzt gesagt? Ja Okay, warte Kannst du auch nicht abscannen Boah, geh nicht mehr auf die Nüsse Was haben wir denn da schon wieder? Äh... Bahn Diese ganzen... Dinger gehen mir aufm Senkel Au, au, au So, können wir eigentlich zurück So So So, komm, wir geh zurück Warte, ich hol mal eben noch das Erz Ich war jetzt grade BOT beschäftigt Weil ich hol mal eben Zigarettenmittel voll wieder da Das ist Zigaretten-Diuten So Nein Ja